Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, mit Ihnen zusammen in der nächsten guten Stunde über mein Lieblingsorgan sprechen zu können. Das ist die Leber. Der Vortrag ist betitelt, die Leber leidet still. Warum heißt das so? Weil tatsächlich Lebererkrankungen einerseits häufig sind, auf der anderen Seite aber, weil sie keine typischen Symptome machen, die frühzeitig auftreten, eher spät erkannt werden. Und wir eine ganze Reihe von Patienten letztlich erst als Leberpatienten erkennen, wenn sie schon relativ fortgeschritten in ihrem Krankheitsverlauf sind. Deswegen ist es so, weil es eben, wie ich vorhin gesagt habe, die Leber empfindet kaum Schmerzen. Es gibt keinen typischen Hautausschlag, der auf eine Lebererkrankung hinweist, sondern es sind eher so kleine Zeichen. Und nur ein Arzt, der sich wirklich gut in seinem Metier auskennt, der viel von der inneren Medizin versteht, wird so eine Lebererkrankung frühzeitig bemerken. Ich werde Ihnen erzählen, wie man in gewisser Weise frühe Zeichen sehen kann, was man tun kann, um weitere Diagnosen zu stellen und warum so wichtig ist herauszufinden, welche Lebererkrankung eigentlich vorliegt, weil es für fast alles eine Behandlung gibt, aber jede Erkrankung ihre spezifische Therapie bedarf. Also, ich werde in den Vortrag einsteigen und bitte um die Bilder. Als erstes möchte ich Ihnen mal einen Überblick darüber geben, was die Leber eigentlich für uns bedeutet. Das Organ liegt im Oberbauch, etwas mehr von der Leber liegt auf der rechten Körperhälfte als auf der linken und die Leber ist ein echter Alleskönner. Es gibt ganz viele verschiedene Aufgaben, die übernommen werden. Ganz wichtig ist, dass die Leber ein Stoffwechselorgan ist. Das heißt, sie reguliert viel. Sie nimmt Nährstoffe aus dem Darm auf. Sie verarbeitet sie weiter. Sie ist aber auch gleichzeitig ein Ausscheidungsorgan. Das heißt, sie filtert bestimmte Giftstoffe aus dem Blut heraus. Sie filtert zum Beispiel Medikamente aus dem Blut heraus. Sie zerlegt sie, sie verpackt sie und sie schickt sie dann auf die Reise aus dem Körper wieder heraus, sodass sich nicht alles, was wir aufgenommen haben, im Körper letztlich wieder festsetzt. Die Leber ist dabei relativ zentral in allem, was sie tut. Sie können keinen Tag ohne Leber überleben. Würde man die Leber rausnehmen, dann wäre das wirklich, wirklich innerhalb weniger Stunden eine ganz fatale Sache. Das Gute ist, dass wir bei Lebererkrankungen an der Leber aber auch Operationen durchführen können. Wir können Teile der Leber entfernen. Es wächst zwar nicht alles nach. Das ist so ein Mythos. Aber die Leber kann sich wieder vergrößern, wenn man Gewebe wegnimmt. Sie ist also eine echte Regenerationskünstlerin. Wie ist sie aufgebaut? Ich will das gar nicht zu kompliziert machen. Aber um zu verstehen, warum bestimmte Erkrankungen überall in der Leber gleichzeitig wirken, muss man wissen, dass dieses insgesamt relativ große und schwere Organ feingeweblich, also im Mikroskopischen eigentlich, aus vielen kleinen Einheiten aufgebaut ist. Die immer gleich aussehen. Ich habe Ihnen hier mal eine Zeichnung mitgebracht, auf der Sie sehen, dass die Leber von Gefäßen durchzogen ist, also von Blutgefäßen. Und um diese Blutgefäße herum sitzen die sogenannten Leberzellen. Das sind diese kleinen roten Gebilde hier. Davon haben wir Milliarden und die wiederum nehmen alle die gleiche Aufgabe wahr. Eine Leberzelle schafft natürlich nur ganz wenig, aber die Gemeinsamkeit der Leberzellen schafft eben diese großen Aufgaben, von denen ich eben gesprochen habe. Und wenn Sie jetzt ein Stück Leber entfernen müssen, dann bleibt ja noch ein großes anderes Stück übrig. Und weil alles gleich aufgebaut ist und die gleichen Aufgaben erfüllt, geht eben nicht eine Grundfunktion verloren, sondern der übrig gebliebene Leberteil im Falle einer Operation zum Beispiel, der muss dann die Aufgaben mit übernehmen. Das gelingt bis zu einem gewissen Maße ganz gut. Also man kann wirklich große Teile der Leber entfernen und trotzdem noch gut damit weiterleben. Diese kleinen Leberzellen, wie gesagt, sind wichtig, wenn chronische Lebererkrankungen vorliegen, dann nimmt die Zahl dieser Leberzellen allerdings ab. Die werden dann ersetzt durch funktionsloses Bindegewebe und das ist lange, lange erstmal nicht zu spüren. Die Leber leidet still, Sie erinnern sich. Wenn aber ein gewisses Maß an Leberzellverlust überschritten ist, dann merkt man, dass die Leber in ihrer Aufgabenstellung erst gefordert und später dann auch überfordert ist. Und erst dann kommt es zu Symptomen. Dann ist aber häufig, wie vorhin gesagt, die Erkrankung schon relativ weit fortgeschritten. Nun, ich werde immer wieder gefragt von meinen Patienten im Krankenhaus und in der Ambulanz, was bedeutet denn eigentlich, dass ich erhöhte Leberwerte habe? Was ist das denn? Nun, Leberwerte, das sind ja Blutwerte, der Patient bekommt Blut abgenommen und kurz darauf meldet das Labor die Leberwerte zurück, sind bestimmte Eiweiße. Fast alles sind Eiweiße und für den kundigen Arzt bedeutet jedes Eiweiß etwas anderes und je nachdem, welches Eiweiß im Blut erhöht ist, können wir daraus schließen, was an der Leber wahrscheinlich das Problem ist. Wir unterscheiden verschiedene Lebereiweiße. Manche deuten darauf hin, dass eine Entzündung stattfindet. Andere, wenn sie erhöht sind, deuten eher darauf hin, dass die Leber unter einer Art Vergiftung leidet. Wieder andere zeigen uns an, dass zum Beispiel der Gallensaft, der in der Leber produziert wird, nicht gut abfließt. Da braucht man schon einige Jahre Berufserfahrung, um alleine anhand der Leberwertkonstellation, also der Kombination verschiedener erhöhter Leberwerte, darauf rückschließen zu können, was der Patient hat. Aber das reicht sehr selten aus als einzige Diagnostik. Hier sind die Leberwerte nochmal aufgeschrieben. Das ist nichts zum Auswendiglernen, es sei denn, Sie haben vor, Medizin zu studieren, wozu ich Sie natürlich herzlich einlade. Aber ich will Ihnen hier nur zeigen, es gibt verschiedene Leberwerte, die haben ganz komplizierte Namen zum Teil. Und jeder Student, der Arzt werden möchte, muss lernen, was die bedeuten, aus welchen Teilen der Leberzelle die stammen und was erhöhte Leberwerte eigentlich bedeuten. Nun, ist das eigentlich häufig erhöhte Leberwerte oder nicht? Brauche ich mir Sorgen zu machen, wenn meine Leberwerte erhöht sind? Darauf haben verschiedene Untersuchungen versucht, Antworten zu geben. Ich habe Ihnen hier eine Untersuchung mitgebracht, die stammt aus Mecklenburg-Vorpommern. Da ist bei vielen tausend Patienten, die per Los gezogen worden sind, der Patient ist das falsche Wort, bei Einwohnern, die per Los gezogen worden sind, zwischen 20 und 79 Jahren einfach mal ein Leberwert, die sogenannte GPT oder ALT, gemessen worden. Und dieser GPT-Wert, da wissen wir unter einer bestimmten Grenze, ist das der Normalwert, ist es darüber, dann sprechen wir von einem erhöhten Leberwert. Dann muss man sich fragen, warum ist das so? Und das überraschende Ergebnis war, dass ein Viertel, fast ein Viertel der Menschen, die da untersucht worden sind, hatte wenigstens einen erhöhten Leberwert. In aller Regel, ohne davon zu wissen. Was bedeutet das denn? Das ist sehr unterschiedlich. Ein erhöhter Leberwert ist weder eine Diagnose noch eine Erkrankung, sondern ein erhöhter Leberwert deutet darauf hin, dass im Bereich der Leber eine Erkrankung vorliegen könnte. Und Sie brauchen schon einen guten Arzt, der danach guckt, was ist eigentlich los. Auf der anderen Seite, wenn Sie zur Blutabnahme gehen, als sogenannte Check-up-Untersuchung, werden häufig auch Leberwerte bestimmt. Auch beim Betriebsarzt. Wenn die dann erhöht sind, wieder erwartens, obwohl Sie keine Symptome haben, dann muss man sich daran machen, rauszufinden, was ist jetzt eigentlich los. Ist es schlimm, erhöhte Leberwerte zu haben? Das werde ich auch häufig gefragt. Darauf kommt die typische Medizinerantwort, kommt darauf an. Was ist der Grund dafür? Der Leberwert selber sagt noch nicht aus, dass Sie schwer krank sind. Aber wenn die Leberwerte längerfristig erhöht sind, dann sollte man dem Ganzen nachgehen, warum ist das denn so. Eine Untersuchung hier an vielen tausend Patienten aus den USA hat Folgendes gezeigt. Wenn die Leberwerte erhöht sind, und ich habe Ihnen hier drei Kurven mitgebracht, die obere Kurve, das ist der Leberwert, den ich Ihnen eben gezeigt habe, wenn er normal ist. Die nächste Kurve hier zeigt Menschen, bei denen dieser Leberwert ein wenig erhöht ist. Und diese Kurve hier, die besteht aus Daten von Menschen, bei denen der Leberwert deutlich erhöht ist. Und was zeigen diese Kurven an? Die zeigen an, wie wahrscheinlich es ist, dass die Menschen durchschnittlich nach ein paar Jahren noch am Leben sind. Und Sie sehen, die geringste Todesrate, also der geringste Abfall in der Kurve der Lebenden hier über zehn Jahre, war bei denen mit normalen Leberwerten. War der Leberwert ein bisschen erhöht, sieht man hier schon, war die Überlebensrate etwas geringer. Sie sehen hier 100 Prozent, 95 Prozent. Und nach zehn Jahren lebten durchschnittlich bei den Patienten mit der stark erhöhten Leberwerten noch ein geringerer Teil. Das waren immer noch die allermeisten und das Ganze ist Statistik. Also nicht jeder, der einen erhöhten Leberwert hat, muss früher sterben. Aber es zeigt sich eben, dass im Durchschnitt längerfristig erhöhte Leberwerte als Zeichen einer Lebererkrankung auch die Lebenserwartung verkürzen können. Und das ist der Grund, warum Ärzte immer abklären sollten und es auch tun werden, warum Leberwerte denn erhöht sind. Also warum schwimmt im Blut ein bestimmtes Eiweiß in einer höheren Konzentration herum, als jetzt normal wäre. Das ist die Aufgabe Ihres Arztes. Dann ist natürlich die Frage, ich habe schon gesagt, kommt darauf an, was ist eigentlich los? Ist das eine schlimme Sache, der erhöhte Leberwert oder nicht? Das hängt davon ab, welche Erkrankung zugrunde liegt. Und ich habe Ihnen hier aufgeführt eine Auswahl häufigerer Lebererkrankungen. Es gibt eine riesige Menge ganz seltener Lebererkrankungen, wo es auch dem kundigen Arzt häufig schwerfällt, rauszufinden, was ist eigentlich los. Ich habe Ihnen hier eine Reihe häufiger Erkrankungen aufgeführt. In Deutschland häufig ist vor allen Dingen die Alkoholerkrankung. Es gibt viele Patienten oder Menschen mit risikobehaftetem Alkoholkonsum, da komme ich gleich noch zu. Es gibt aber auch Infektionserkrankungen, die sogenannte Virus-Hepatitis. Da gibt es nicht nur eine von, da gibt es ein ganzes ABC davon. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Und häufig treten heutzutage auch fettbedingte Erkrankungen, die sogenannten Fettlebererkrankungen, auf. Tumorerkrankungen sind etwas seltener und hier kommen wir schon zu den wirklich seltenen Lebererkrankungen. Wie gesagt, es gibt auch noch mehr. Was habe ich jetzt an Verfahren, um über die Leberwerte hinaus rauszufinden, was eigentlich los ist? Das heißt, welche Erkrankung vorliegt? Über Laboruntersuchungen haben wir schon gesprochen. Ultraschall, das werden viele von Ihnen schon kennen. Das macht auch der Hausarzt oder der Allgemeinmediziner zur Computertomographie oder zur Magnetresonanztomographie. Da muss ich schon zum Radiologen gehen, da brauche ich eine Überweisung dafür. Es gibt die sogenannte Elastographie, also eine Untersuchung des Lebergewebes daraufhin, ob Veränderungen in der feingeweblichen Struktur da sind. Das zeige ich Ihnen gleich noch. Und in manchen Fällen komme ich nicht umhin, dem Patienten eine Probe aus der Leber zu entnehmen. Das ist die sogenannte Biopsie. Ich habe gerade schon die Elastographie angesprochen. Warum greife ich die hier heraus? Die Elastographie ist ein Verfahren, bei dem per Ultraschall, also völlig schmerzfrei und in wenigen Sekunden, die Leber daraufhin untersucht wird, ob sie sich in ihrer Struktur verändert hat. Ob die gesunden, schön weichen Leberzellen ersetzt worden sind durch funktionsloses, hartes Bindegewebe. Also im Grunde genommen eine Steifigkeitsmessung der Leber. Das ist ein relativ neues Verfahren und hat die Leberdiagnostik praktisch revolutioniert, weil wir jetzt, ohne reinzustechen, ohne Schmerzen zu verursachen, ohne dem Patienten wehzutun, einen guten Eindruck davon bekommen, in welchem Zustand befindet sich die Leber. Sie brauchen ein spezielles Gerät dafür. Das gibt es nicht überall. Im Klinikum in Nürnberg haben wir so ein Gerät zur Verfügung. Und damit können wir feststellen, anhand einer solchen Messung, Sie sehen, hier liegt der Patient, hier sitzt der Arzt und zielt quasi durch die Bauchdecke auf die Leber. Ich verspreche Ihnen, völlig schmerzfreies Verfahren. Kann innerhalb weniger Minuten geguckt werden, gibt es einen chronischen Leberschaden und gibt es eine relevante Leberverfettung. Das macht uns die Arbeit viel, viel einfacher, weil das Verfahren noch relativ neu ist, wollte ich Ihnen das hier vorstellen. Wie kann ich das tun? Wie wird die Steifigkeit eigentlich gemessen? Wir unterscheiden quasi zwischen einem Gewebe, was sehr weich ist und deswegen, wenn man es mit Ultraschallwellen zur Schwingung anregt, nur langsam schwingt. Sie stellen sich mal vor, dieser Pudding wackelt langsam von links nach rechts. Warum tut er das? Weil er weich ist. Langsame Schwingung. Wenn ich ein hartes Gebilde nehme, zum Beispiel diese Stimmgabel hier und anschlage, dann schwingt die sehr, sehr schnell. Und zwar so schnell, dass ich das gar nicht sehen kann. Und zwischen diesen beiden Polen unterscheidet die Elastographie und tut das auch sehr zuverlässig. Also, wenn Sie die Möglichkeit haben, als Leberpatient einen Arzt aufzusuchen, der dieses Verfahren anbietet, haben Sie zumindest schon mal eine weitere diagnostische Methode ohne großen Aufwand und vor allen Dingen ohne Schmerzen zur Verfügung. Etwas anderes ist die traditionelle Form der Leberuntersuchung. Das ist die sogenannte Leberbiopsie. Auch das ist manchmal notwendig. Sie sehen hier, wie eine Leberbiopsie durchgeführt wird. Hier liegt ein Patient und durch die Haut muss der Arzt mit einer Nadel auf die Leber zustechen. Keine Sorge, das wird unter örtlicher Betäubung gemacht und ist in aller Regel fast schmerzfrei. Und kann dann ein Stückchen Lebergewebe entnehmen, damit es unter dem Mikroskop untersucht werden kann. Das muss auch heutzutage in einigen Fällen noch gemacht werden, um sicher feststellen zu können, was ist eigentlich los an der kranken Leber. Ein Teil dieser möglicherweise komplikationsbehafteten Probenentnahmen ist aber durch die Elastographie schon ersetzt worden. Ein schönes Verfahren. Wie sieht die Leber jetzt eigentlich aus? Ich zeige Ihnen jetzt mal eine kranke Leber. Das hier ist eine kranke Leber. Woher weiß ich, dass die krank ist? Sie sehen dieses rötlich-braune Organ hier. Hier aus der Nähe, da von etwas weiter weg. Hier von noch weiter weg. Wir befinden uns im Bauchraum. Hier ist die Leber. Dieses Organ ist deswegen sichtbar krank, weil die Oberfläche nicht glatt und spiegelnd ist, wie sie sein sollte. Sie sehen hier diese Höcker. Das sieht aus wie ganz viele kleine Knubbel nebeneinander. Diese Knubbel, das sind Knoten, die sich in der kranken Leber gebildet haben. Denn durch einen Schaden, der von außen eingetreten ist, in diesem Fall war es eine alkoholbedingte Leberzirrhose, sind ganz viele Leberzellen abgestorben. Die übrig gebliebenen Leberzellen, die, die noch am Leben geblieben sind, die haben verspürt, Mensch, da ist was nicht in Ordnung und haben angefangen, sich zu teilen. Das kann die Leber in einem gewissen Maße. Und weil aus einer Zelle dann viele geworden sind, haben sich Häufchen gebildet. Und diese Häufchen, das sind diese Knubbel hier. Und zwischen den Knubbeln ist das funktionslose Bindegewebe. Wenn ich eine solche Leber sehe, dann weiß ich, hier liegt eine schwere Erkrankung vor. So sieht eine Zirrhose aus. Mikroskopisch kann ich das auch nachweisen. Zirrhose, das ist ein hartes Wort. Jeder kennt das Wort und man weiß auch, das ist sicherlich eine schwere Erkrankung, eine Zirrhose. Die gute Nachricht ist, selbst wenn eine längerfristige Lebererkrankung vorliegt, dann wird sie nicht innerhalb kurzer Zeit zur Zirrhose führen. Erstmal muss eine primär akute Lebererkrankung zu einer längerfristigen, also über Monate gehenden Erkrankung werden. Das sind zum Beispiel langgehende Alkoholmissbräuche. Das können Virushepatitis-Erkrankungen sein. Das können Autoimmunerkrankungen sein. Erst nach Monaten kommt es zum chronischen Leberschaden. Und bis es zur Zirrhose kommt, vergehen in der Regel mehr als zehn Jahre. Häufig auch noch viel mehr. Es gibt selten mal Kombinationen von Viruserkrankungen, da geht das schneller. Aber das ist etwas, was nicht von heute auf morgen eintritt. Häufig wissen die Patienten in diesem Stadium noch gar nichts von ihrer Erkrankung. Erst wenn die Zirrhose da ist, also der komplette Umbau der Leber, dann kommt es zum Funktionsausfall. Und dann treten die Komplikationen auf. Komplikationen der Leberzirrhose sind vielfältig. Ich habe zu jedem Tag des Jahres Patienten bei mir in der Klinik, die unter den Komplikationen leiden. Und wenn es schlecht läuft, kann man an einer Lebererkrankung natürlich auch versterben. Nicht allerdings innerhalb weniger Wochen. Das dauert in aller Regel wirklich sehr, sehr lange. Und wir können hier auf dem Weg dahin eben als Arzt und Patientengespann häufig aufhaltend wirksam werden, sodass es gar nicht erst so weit kommen muss. Ich habe schon über den Alkohol gesprochen. Den kann ich Ihnen nicht ersparen. Der ist längst nicht die Ursache für alle Leberschäden. Und ein Arzt, der jedem Patienten mit erhöhten Leberwerten sagt, du trinkst zu viel, ist ein schlechter Arzt. Das sage ich Ihnen. Es gibt verschiedene Gründe für Leberwerterhöhung. Und wenn einem Mediziner nichts anderes als Alkohol einfällt, dann weiß er nicht viel. Aber vielen fällt deswegen Alkohol als erstes ein, weil das eine häufige Schädigung ist. Das Problem ist, sie macht viele verschiedene Probleme. Als allererstes führt Alkohol dazu, dass die Leber sich mit dem Alkohol beschäftigen muss und nicht ihrer anderen Aufgaben in vollem Maße nachgehen kann. Und das führt dazu, dass sich in der Leber Fett ansammelt. Sie sehen hier oben, das sieht aus wie ein Maschendraht. Das ist ein feingewebliches Bild einer Leberbiopsie, in der sich Fett angesammelt hat. Überall, wo diese Lücken sind, da war eine große Fettblase, die unter dem Mikroskop ausgewaschen worden ist. Die einfache Fettleber, wir nennen das auch Steatose, die schreitet jetzt bei anhaltetem Alkoholmissbrauch fort zur fortschreitenden Leberfibrose, irgendwann zur Leberzirrhose. Ich habe Ihnen gezeigt, das dauert einige Jahre und das kann dann auch zum Leberkrebs führen. Nicht jeder, der Alkohol trinkt, bekommt eine Leberzirrhose. Nicht jeder, der eine Leberzirrhose bekommt, bekommt einen Leberkrebs. Aber selten ist dieser Verlauf nicht und wir Ärzte haben es uns zur Aufgabe gemacht, darüber aufzuklären und so viel Patienten wie möglich natürlich zu helfen, von einem schädlichen Alkoholgebrauch wegzukommen. Was ist jetzt ein schädlicher Alkoholgebrauch? Es gibt verschiedene Blicke darauf. Wenn Sie mit einem Psychiater sprechen, dann sagt er Ihnen, Sucht, Alkoholsucht entwickelt sich bei diesem und jenem Patienten mit diesem und jenem Trinkverhalten. Ich bin Internist, das heißt, ich kümmere mich um den Stoffwechsel und ich weiß, dass es Alkoholdosen gibt, die sind noch relativ selten schädigend. Es gibt keine Alkoholdosis, die keinen Schaden auslösen kann. Noch das kleinste bisschen Alkohol kann Schäden am Körper ausrichten, aber die Dosis macht das Gift. Je mehr Alkohol jemand trinkt, desto schwieriger ist es. Und das Gesundheitsrisiko, so kann man das mal plakativ darstellen, ist niedrig für Männer, die am Tag weniger als 40 Gramm reinen Alkohol trinken. Das ist schon ehrlich gesagt nicht ganz wenig. Das ist aber weniger als zum Beispiel in einem Liter Bier sich drin befindet. Bei Frauen, das ist ein bisschen unfair, reicht schon die Hälfte, um auf die gleiche Schädigungswirkung zu kommen. Immer im Durchschnitt. Es gibt Männer, die trinken viel, viel mehr, bekommen nie eine Lebererkrankung. Es gibt Frauen, die trinken weniger und bekommen rasch eine. Wenn Sie das steigern, die Dosis, wenn Sie anderthalbmal so viel am Tag trinken, dann sind Sie schon so weit, dass Sie eine mittlere Gefährdung haben. Und sehr hohes Gesundheitsrisiko ist für Männer, die am Tag über 100 Gramm Alkohol trinken, also über zwei Liter Bier oder über ein Dreiviertelliter Wein. Dann können Sie sich ziemlich sicher sein, dass Ihre Leber wenigstens beginnende Schädigungen aufweist. Mehr als 60 Gramm Alkohol am Tag macht schon bei 95 Prozent der Patienten sichtbare Veränderungen am Lebergewebe. Und über lange Zeit geht das für viele Menschen nicht gut. Eine Frage, die mir dann häufig gestellt wird, kleiner Seitenexkurs ist, ich habe aber gehört, wenn ich zum Alkohol noch Kaffee dazu trinke, dann geht es meiner Leber besser. Und da ist tatsächlich was dran. Noch vor 20 Jahren haben wir gedacht, Kaffee ist ein Gift und je weniger man davon trinkt, desto besser. Heute wissen wir, Kaffee hat auch durchaus gute Wirkungen auf den Körper. Wir wissen gar nicht genau, warum. Es sind so viele verschiedene Stoffe drin. Und was wir auch wissen heute, das ist ein etwas schwieriges Bild, ich erkläre Ihnen das gleich, ist, dass tatsächlich Menschen, die zusätzlich zu einem schwierigen Alkoholgebrauch noch viel Kaffee trinken, ein geringeres Risiko haben. Ich habe Ihnen hier mal verschiedene Untersuchungen aus verschiedenen Ländern mitgebracht, hier aus Norwegen, hier aus den USA. Das ist eine finnische Untersuchung. Das sind jeweils die Zahl an Patienten, die da untersucht worden sind. Und hier sieht man, wie viele Tassen Kaffee die am Tag getrunken haben. Also manche waren ja richtig gut dabei, da wäre ich auch dabei, vier Tassen Kaffee am Tag. Und die haben alle auch gleichzeitig Alkohol getrunken. Und erstaunlicherweise hat sich das Risiko, eine Leberzirrhose zu bekommen, hier von eins, das wäre wie ohne Kaffee, deutlich verringert. Also von denen, die mehr als vier Tassen Kaffee am Tag getrunken haben, hat am Ende nur ein Fünftel so häufig eine Leberzirrhose bekommen, wie bei denen, die keinen Kaffee getrunken haben. Das ist eine erstaunliche Erfahrung, die wir noch gar nicht genau erklären können. Ich möchte Ihnen damit auch nicht die Handlungsanweisung geben, zu jedem Glas Alkohol einen Kaffee zu trinken. Aber wenn es schon schädlicher Alkoholmissbrauch sein soll, dann kann man unter Umständen mit dem zweiten Getränk einiges gut machen. Und gegen Kater hilft es ja schließlich auch. Was mache ich jetzt, wenn die Leber vom Alkohol so weit zerstört ist, dass sie sich nicht wieder regenerieren kann? Dann ist unter Umständen nur ein Ersatz der Leber hilfreich, eine sogenannte Lebertransplantation. Das ist ein Verfahren, bei dem in aller Regel von einem verstorbenen Menschen eine noch sich in gutem Zustand befindende Leber entnommen wird, kurz nach dem Tod oder kurz vor dem Tod. Häufig sind es hirntote Patienten und einem Patienten, der eine solche Leber braucht, eingesetzt wird. Das wird in Deutschland, Sie sehen das gerade in dem Bild, in einigen Fällen gemacht, über 1000 Mal im Jahr. Das sind hier Zahlen aus dem vorvergangenen Jahr. Es ist allerdings so, dass wir natürlich viel, viel mehr Patienten mit Leberzirrhose haben als die, die wir hier transplantieren können. Sie sehen, 288 Patienten mit alkoholischer Lebererkrankung haben in 2019 eine Lebertransplantation bekommen. Wir haben in Deutschland Millionen Menschen mit schwierigem Alkoholmissbrauch und wir haben mehrere Zehntausend Menschen, die jährlich an einer alkoholbedingten Leberzirrhose versterben. Also mit der Transplantation können wir einigen, aber nicht allen helfen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir gar nicht genug Spenderorgane zur Verfügung haben, um allen Menschen helfen zu können. Aber die Transplantationsmedizin spielt auch bei Lebererkrankungen eine wichtige Rolle. Ich komme zum nächsten Thema. Alkohol abgehakt. Viele Menschen, auch in Deutschland, leiden unter Viruserkrankungen der Leber. Das heißt, ein anderes, ein schädigender Organismus von außen hat sich quasi des Menschen bemächtigt und das ist ein Virus. Wir leben ja in Zeiten, in denen Viren eine ganz, ganz große Rolle spielen. Die sogenannten Hepatitis-Viren, davon gibt es verschiedene, die sind gar nicht miteinander verwandt im Einzelfall. Die gibt es schon ganz lange. Also dagegen, gegen Corona ist das hier ein ganz alter Hut. Aber das Hepatitis-C-Virus, das ich hier mal als Beispiel genommen habe, das macht schon sehr lange, den Menschen zu schaffen. Und zwar insofern, als dass es sich im menschlichen Körper, in der menschlichen Leber festsetzen kann. Dieses kleine Virus oder eine Vielzahl dieser kleinen Viren dringen in die Leberzellen ein und zwingen die Leberzelle dazu, sie zu kopieren. Also neue Viren zu erschaffen. Die werden aus den Leberzellen wieder ausgeschüttet und befallen die Nachbarleberzellen. Ein großes Problem. Und bis vor wenigen Jahren mussten Patienten, die eine sogenannte chronische, also nicht von alleine aus heilende Hepatitis-C-Infektion haben, Angst davor haben, dass sie eine Leberzirrhose entwickeln und daran sterben werden. Hepatitis-C-Viren gibt es in verschiedenen Untertypen. Das sind die sogenannten Genotypen. Die unterscheiden sich alle ein bisschen voneinander. Aber insgesamt sehen Sie hier, in der Mitte ist das Erbgut. Das, was die befallene Leberzelle quasi immer wieder wiederholt nachbauen muss. Und hier außen sind die Eiweiße, die in diesem Erbgut quasi hinterlegt sind, die die Leberzellen dann auch produzieren, sodass die befallene Leberzelle zum Produktionsort für neue Viren wird. Das war ein großes Problem. Warum sage ich war? Erstmal Problem, weil die meisten Patienten, die expulsiert waren, also die mit diesem Virus in Kontakt kamen, Das können zum Beispiel Drogennutzer gewesen sein, das können aber auch Empfänger von Blutprodukten vor einigen Jahren gewesen sein, als die Hepatitis-Viren noch nicht sicher herausgefiltert oder diagnostiziert werden konnten. Und das Problem ist, dass es eine hohe Rate an Menschen gab, die dann eine chronische Infektion entwickelt haben. Das heißt, der Körper ist dieser Infektion nicht Herr geworden. Und diese Viren haben sich immer weiter vermehrt. Und von denen hat so ein Fünftel bis ein Viertel etwa eine Leberzirrhose, also eine schwere Lebererkrankung nach vielen, vielen Jahren entwickelt. Und wer eine Leberzirrhose hat, der hat dann ein relativ hohes Risiko, entweder ein Leberversagen zu entwickeln, also er stirbt daran, dass die Leber ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen kann, oder auch einen Krebs zu entwickeln oder eine Transplantation zu brauchen. Sie sehen, das ist ein eher langfristiger Prozess hier. Hat der Patient aber gleichzeitig eine HIV-Infektion, eine Hepatitis-B-Virus-Infektion oder viel Alkohol getrunken, das ist gar nicht so selten, dann geht das Ganze noch viel, viel schneller. Das heißt, dann ist das Risiko, eine Zirrhose zu entwickeln, nicht erst nach 20, sondern vielleicht schon nach 10 Jahren da. Also das war immer problematisch. Das Gute ist, oder warum erzähle ich Ihnen das? Weil die Hepatitis C eine medizinische Erfolgsgeschichte ist. Wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr verschiedene Therapien entwickelt. Ich habe Ihnen für die verschiedenen zur Verfügung stehenden Therapiemethoden, die sind alle abgekürzt, das braucht man sich auch nicht zu merken, habe ich Ihnen hier ein Diagramm mitgebracht. Und jede Säule zeigt eine weiterentwickelte Therapie. Und die Zahl hier oben zeigt Ihnen immer, wie viel Prozent der Patienten mit dieser Therapie von ihrer chronischen Hepatitis C geheilt werden konnten. Das sind alles langfristige Therapien, alles Therapien mit Nebenwirkungen, vor allen Dingen in diesem Bereich. Aber Sie sehen, wir haben uns hier 1991, das ist gar nicht so lange her, gerade mal 30 Jahre, da konnten nur ein Bruchteil der Patienten geheilt werden. Und der Rest musste gucken, wie er mit seiner Hepatitis C klarkommt. Das Ganze ist immer besser geworden, immer besser. 2011, das ist jetzt schon zehn Jahre her, wurden Medikamente eingeführt. Die waren nicht nur gut verträglich, sondern plötzlich konnten wir sieben von zehn Patienten helfen. Und heute, im Jahr 2021 und auch schon ein paar Jahre zuvor, sind Medikamente auf den Markt gekommen, mit denen wir praktisch jeden heilen können. Das heißt, Hepatitis C heutzutage ist heilbar und zwar fast komplett. Und wir haben eigentlich nicht so sehr das Problem, einen Patienten mit Hepatitis C davon zu befreien, sondern wir haben das Problem, noch die letzten Patienten zu finden, die unter einer Hepatitis C leiden. Erst wenn man die letzte chronische Hepatitis C quasi ausgeheilt hat, kann sie sich nicht mehr von einem Menschen auf den nächsten übertragen. Und wir haben wieder eine Erkrankung ausgerottet. Das wird aber noch sehr, sehr lange dauern, weil es in Deutschland unerkannte Hepatitis C-Patienten gibt und weil es auf der Welt noch viel mehr davon gibt. Deutschland ist ein reiches Land. Deswegen können wir Hepatitis C-Patienten helfen. Was heißt das? Warum ist das wichtig? Wenn Sie sich mal anschauen, wie viel ein Hepatitis C-Medikament kostet. Und ich habe Ihnen die Kosten der typischen Medikamente mal hier auf einer Folie zusammengepackt. Wir Ärzte gucken immer erst mal, welcher Genotyp beim Patienten liegt vor. Und dann gucken wir, mit welchem Medikament, Sie sehen hier, das sind die Kombinationsnamen der Medikamente, welches Medikament kann ich dem Patienten geben. Also mit dem Genotyp 1 kann ich hier diese hier alle geben zum Beispiel. Dann gucke ich, wie viele Wochen muss ich den Patienten behandeln. Sagen wir mal, wir haben einen Patienten, den wir mit diesem Medikament über acht Wochen behandeln wollen. Dann gucke ich, was kostet der Preis für vier Wochen. Was ist der Preis? Das heißt, 15.000 Euro, acht Wochen sind zweimal vier Wochen. Das heißt, die Therapie dieses Patienten wäre in diesem Setting 30.000 Euro. Nur für zwei Packungen Tabletten, die der Patient in der Apotheke abholt. Es geht auch preiswerter, aber wir befinden uns hier immer noch im Bereich eines gar nicht mehr so kleinen Kleinwagens. Hepatitis C ist heilbar, aber die Heilung kostet Geld. Und in Deutschland ist so viel Geld im Medizinsystem, dass wir uns das leisten können, jeden Hepatitis C-Patienten zu behandeln. Das sieht in anderen Ländern schon mal ganz anders aus. Und deswegen werden wir die Hepatitis C nicht übermorgen besiegt haben. Gut, ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, ich möchte auch noch über die Fettlebererkrankung sprechen. Ich habe sie bei der alkoholischen Lebererkrankung schon angerissen. Was ist denn die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung? Wir Mediziner wissen, dass das immer häufiger vorkommt. Nun, wir leben nicht nur in einem reichen Land, sondern auch in einem Land, in dem Stoffwechselerkrankungen relativ häufig sind. Sie haben vielleicht schon mal den Begriff metabolisches Syndrom gehört. Sie wissen, was ein erhöhter Blutdruck oder ein Bluthochdruck ist. Sie wissen, was eine Zuckererkrankung ist. Das sind alles Ausdrücke einer zivilisatorischen Erkrankung im Grunde genommen, die vor allen Dingen darauf zurückzuführen ist, dass wir einen echten Energieüberschuss in unseren Körpern haben. Und Energie, die wir nicht brauchen, um davon zu leben, die aber trotzdem auf unseren Körper zukommt, die wird in vielen Fällen gespeichert. Zum Beispiel als Fett. Zum Beispiel auch in der Leber. Leberzellen können Fett speichern. In einem gewissen Maße ist das in Ordnung. Aber wenn das zu viel wird, ich habe es Ihnen hier gezeigt, dann wird aus der schönen roten glatten Leber hier so eine gelblich-fettige Leber. Die ist größer, die ist schwerer und das liegt daran, dass in den eigentlich gesunden Leberzellen wie hier wieder ganz viel Fett drin ist. Sie sehen hier diese Fettaugen auf der Leber im Grunde genommen. Daran sehen wir, dieser Patient hat eine Fettleber. Das kann, muss aber nicht eine Erkrankung auslösen. Aber wo kommt das denn her? Ich habe Ihnen schon gesagt, Kalorien, also Energieüberschuss ist das Problem. Und wie beweisen Ärzte denn, dass eine Annahme richtig ist? Also wir haben die Annahme, dass zu viele Kalorien schlecht sind für unseren Stoffwechsel. Wie weist man das nach mit einer sogenannten Studie? Und hier haben, das ist schon über zehn Jahre her, sich 18 gesunde Probanden, also das waren gar keine kranken Menschen, zwölf Männer, sechs Frauen, im Mittel 26 Jahre alt, die haben sich so richtig füttern lassen, freiwillig, haben ein bisschen Geld dafür bekommen, haben sich füttern lassen und haben am Tag viel zu viele Kalorien zu sich genommen. Die sind mit Fastfood versorgt worden, mindestens zweimal täglich durften die sich bei ihrem Lieblingsfastfood-Hersteller so viel holen, wie es geht, durften sich dazu aber kaum bewegen. Die durften nur weniger als 5000 Schritte am Tag machen. Das ist nicht so schrecklich viel. Und haben also viel mehr Energie aufgenommen, als sie brauchten, über vier Wochen. Und was ist passiert? Das Körpergewicht ist von durchschnittlich 67 Kilo auf 74 Kilo angestiegen. Also mehr als sechs Kilo Gewichtszunahme in nur vier Wochen. Alles zusätzliche Energie hier. Der Spitzenreiter hat zwölf Kilo draufgepackt. Keine Ahnung, wie viel Hamburger der essen musste. Und die Transaminasen, das sind jetzt wieder Leberwerte, sind von normal durchschnittlich vor der Futterei auf deutlich erhöht, bis auf 97 eingestiegen. Und hier der Spitzenreiter, 447 massiv erhöhte Leberwerte. Das hat uns gezeigt, die Leute werden nicht nur schwerer, wenn sie zu viel Energie aufnehmen. Irgendwas passiert auch in der Leber. Sie wissen was? Es wird Fett eingelagert. Das ist die normale Leber. Und wenn ich so viel Energie zuführe, dann bildet sich dieses Speicherfett in der Leber. Wir nennen das auch Steatose. Sie sehen wieder hier diese Fettaugen. Das ist in der Regel nicht der Effekt von vier Wochen zu viel Fastfood essen, sondern es ist in der Regel der Effekt von jahrelang mehr Energie aufnehmen, als ich brauche. Dabei entwickelt sich Übergewicht. Es entwickeln sich auch noch weitere Faktoren. Und schwierig wird es, wenn der Körper auf dieses Fett in der Leber mit einer Entzündung reagiert. Das ist eine Fettleber-Hepatitis. Da brauche ich keine Viren dazu. Und wenn die besteht, dann ist das Risiko groß, dass sich eine sogenannte Leberzirrhose entwickelt. Hier sehen Sie mal ein feingewebliches Bild von dieser buckligen Leber, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Hier ist dieses Knötchen. Das sind die übrig gebliebenen Leberzellen. Und das hier ist das Bindegewebe dazwischen. Das blaue, das ist angefärbt. Das ist das, was funktionslos ist und was das zur Zirrhose macht. Und wenn es erst mal so weit ist, führt kein Weg mehr hierhin zurück. Da gibt es praktisch keinen Weg mehr zurück. Die kranke Leber bleibt auch krank. Und das Perfide ist, diese Fettleber kann sich entwickeln, ohne dass Sie viel davon merken. Das Risiko ist erhöht bei übergewichtigen Patienten. Das Risiko steigt mit dem Alter. Und manchmal sehe ich ältere Menschen, die sich in ihrem Leben nie irgendetwas zu Schulden haben kommen lassen, was Alkohol angeht, die nie eine Hepatitis gehabt haben. Eigentlich kaum Risikoverhalten. Aber eben eine Fettleber entwickelt haben, weil ein ständiger Kalorienüberschuss da war. Dass die Fettleber nur der Anfang ist, das zeige ich Ihnen hier auf diesem Schaubild noch mal, was gleich eingeblendet wird. In der Mitte, das ist die Abkürzung für Fettlebererkrankungen, sehen wir eben, das Ganze steht in einem Spannungsfeld. Blutzuckererkrankungen, Ernährungsfehler. Adipositas ist das schlaue Wort, was Mediziner benutzen, wenn sie von Übergewicht sprechen. Übergewichtige Patienten haben häufiger Dickdarmkrebs, sie haben häufiger Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch andere Organe leiden. Also das ist für den Körper ein insgesamt wirklich größeres Problem. Und die Leber ist nur ein Organ, was in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Was kann ich jetzt dagegen tun? Sie werden es schon ahnen. Kalorienüberschuss, Übergewicht. Was hilft dagegen? Natürlich hilft als allererstes Mal, dem Kalorienüberschuss zu begegnen. Und zwar mit einer gesunden Ernährung. Was eine gesunde Ernährung ist, das weiß heutzutage eigentlich fast jeder. Sogenannte mediterrane Kost. Fünfmal am Tag Obst oder Gemüse. Möglichst selten rohes Fleisch. Wenigstens einmal die Woche Fisch. Besser noch häufiger. Viele ungesättigte Fettsäuren. Das führt erstens zur Gewichtsabnahme und zweitens auch zur Verbesserung der Leberzusammensetzung und natürlich ausreichende Bewegung. Sport alleine hilft nicht so gut zur Gewichtsreduktion. Das ist immer auch eine Ernährungsumstellung. Aber Sport hilft, dass das Ganze sich gut anfühlt. Es unterstützt die Gewichtsabnahme und es hat eine gute Wirkung auch auf die Leberzusammensetzung. Das Problem ist, ich muss es ausreichend häufig machen. Also nicht einmal alle vier Wochen am Schwimmbad vorbeifahren, sondern tatsächlich jede Woche mehrere Einheiten körperlicher Betätigung. Sie müssen sich nicht im Fitnessstudio anmelden. Sie können spazieren gehen, Sie können laufen, Sie können Fahrrad fahren. Hauptsache, Sie machen es ausreichend häufig und Sie kommen dabei auch mal außer Atem. Geht ja manchmal schnell. Ja, und dann freut sich am Ende Ihr Herz darüber. Das ist hier der rote Bursche rechts, der Sportler hier mit den Sportschuhen. Ja, das freut sich darüber, wenn Sie sich bewegen, weil Sie Ihrem ganzen Körper was Gutes tun. Die Leber fühlt sich schlecht, fragt, können wir nicht mal Sport treiben und gesund essen? Und das Herz freut sich drüber. Das heißt, Sie werden mit solchen gesundheitsbewussten Verhalten letztlich viele verschiedene Faktoren verbessern und müssen dann am Ende nicht zu denen gehören, die unter den Zivilisationskrankheiten leiden und vielleicht ein ganzes Jahrzehnt Lebenserwartung verlieren. Ich komme zum letzten Kapitel dessen, über das ich mit Ihnen sprechen möchte. Und dann können Sie Ihre Fragen gerne stellen. Das letzte Kapitel, über das ich sprechen möchte, ist der Leberkrebs. Das ist sicherlich eine der unangenehmsten Folgen der chronischen Lebererkrankung. Aber es ist eine Erkrankung, die wir in Deutschland in jedem Jahr häufiger sehen. Und wir Ärztinnen und Ärzte im Klinikum Nürnberg haben uns schon vor einigen Jahren zum Ziel gesetzt, Leberkrebs besonders gut und besonders gründlich zu erkennen und zu behandeln. Und deswegen haben wir ein sogenanntes Leberkrebszentrum gegründet. Und in diesem Leberkrebszentrum arbeiten wir Hand in Hand, um die Patienten, die solche Erkrankungen entwickeln, frühzeitig zu erkennen und so gut zu behandeln, wie es überhaupt möglich ist. Warum ist es notwendig? Warum mussten wir dieses Krebszentrum gründen? Weil der Leberkrebs immer häufiger wird. Ich habe Ihnen gezeigt, Lebererkrankungen nehmen zu und Krebser entwickeln sich vor allen Dingen in kranken Lebern. Ich rede nicht von Krebsen, die von außen einwandern, nicht von Metastasen, zum Beispiel eines Dickdarmkrebses, sondern vom direkten Leberkrebs. Aus einer Leberzelle erwächst ein Krebs. Dritthäufigste krebsbedingte Todesursache, fünfthäufigster Krebs überhaupt. Das heißt, Sie sehen, es gibt Krebs, die sind zwar häufiger, die überlebt man aber häufiger. Der hier ist einer, den die wenigsten überleben. Der größte Teil der Patienten, die ihren Leberkrebs erkranken, versterben auch daran. Und jedes Jahr werden es mehr. Also der häufigste Tumor, der sich in der Leber entwickelt. Wenn wir mal gucken, das sind alte Zahlen hier. Es gibt keine viel, viel besseren, neueren. Man kann dann immer nur schätzen. Aber wenn Sie mal gucken, im Jahr 2012 sind auf der Welt ungefähr 780.000 Krebs diagnostiziert worden, Leberkrebs, und daran gestorben sind 750.000. Das heißt, fast jeder, der diesen Tumor bekommt, der stirbt irgendwann mal dran. Nicht im selben Jahr. Das kann vier, fünf Jahre gehen, aber es ist häufig. Das Problem ist die Zirrhose. Der Krebs entwickelt sich fast immer in der Zirrhose Leber. Ganz selten ohne. Deswegen müssen die Patienten, die eine Zirrhose haben, regelmäßig untersucht werden. Es gibt Früherkennungsprogramme. Nicht für alle, sondern für die mit Lebererkrankungen. Und wir sehen in Deutschland mindestens 7.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Wahrscheinlich sind es über 10.000. Und viele Menschen versterben auch, ohne dass die Diagnose je gestellt worden ist. Wie wird der Leberkrebs behandelt? Nun, da gibt es verschiedene Methoden. Und ein Leberkrebszentrum, wie unseres im Klinikum Nürnberg, bietet die alle. Warum brauche ich jetzt mehr als eine Behandlung? Ist doch toll, wenn ich was habe, was dem Patienten hilft. Je nach Patientengeschichte, je nach Krebsstadium und je nachdem, wie gut die kranke Leber noch funktioniert, gibt es verschiedene Empfehlungen. Der kleine Krebs wird anders behandelt als der ganz große. Der, der in der schon sehr schwer erkrankten Leber auftritt, wird anders behandelt als der bei einem Patienten, wo die Leber noch sehr gut funktioniert. Wenn Sie fünf Krebs in der Leber haben, ist das was anderes, als wenn Sie einen haben. Deswegen haben wir verschiedene Dinge zur Verfügung. Ich will die nicht alle zeigen, aber ich will Ihnen mal zeigen, was wir so alles tun können heute, damit Sie einen Eindruck bekommen, wie Präzisionsmedizin auf die Patientengeschichte und auf den Befund hin bezogen funktioniert. Am liebsten schneide ich den Krebs weg. Raus damit. Ganz weg. Das heißt, ich mache eine Leberteilentfernung. Das Problem ist, ich kann das nur bei wenigen Menschen machen, weil ich ein größeres Stück Leber wegnehmen muss und wenn die Leber krank ist, das ist sie fast immer, dann verträgt der Patient das nicht so gut. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, es gibt hohe Rückfallraten, weil das Organ, in dem sich der Krebs entwickelt hat, das ist ja noch da. Die Lebererkrankung ist noch da. Und das, was zum Krebs das erste Mal geführt hat, das ist noch da. Das heißt, wenn ich eine Leber nur den Krebs wegschneide, lasse aber die kranke Leber drin, dann kann der Krebs auch wieder auftreten. Ist dann ein neuer Krebs, aber das hilft ja kaum. Deswegen werden Patienten, denen ich den Leberkrebs operativ entfernt habe, häufig danach noch zur Lebertransplantation angemeldet. Funktioniert ganz gut. Die Lebertransplantation ist für viele Patienten, die nicht operiert werden können, das primäre Mittel zur Behandlung. Ist der Krebs noch klein und hat er noch nicht nach außen gestreut, kann ich durch eine Transplantation die Erkrankung heilen und auf der anderen Seite auch das Organ, in dem der Krebs entstanden ist, entfernen. Super Sache. Das Problem ist wieder das, was ich Ihnen vorhin schon genannt habe, zu wenig Organe. Wir können nicht jedem Patienten, der auf ein Organ wartet, rechtzeitig eins zur Verfügung stellen. Die Tumore müssen klein sein, darf nicht größer als fünf Zentimeter sein. Wenn es mehr sind, müssen sie noch kleiner sein. Also am Ende kommen nur zehn Prozent der Patienten dafür in Frage. Aber es ist die beste Heilungsmöglichkeit, die wir haben und deswegen versuchen wir, das so vielen Patienten wie möglich anzubieten. In diesem Fall keine Angst vor der Transplantation. Was können wir noch? Kleine Krebs, die können wir in der Leber zerstören. Da müssen wir nichts für rausschneiden, sondern wir gehen mit einer Nadel, die so viele kleine Elektroden hat, das ist die sogenannte Radiofrequenzablation, gehen wir in den Tumor rein, piksen hier quasi rein. Hier sehen Sie das mit dieser Elektrode. Vorne werden die hier ausgefahren und dann wird dieser Tumor erhitzt durch Radiowellen. Und diese Erhitzung führt dazu, dass der Tumor so heiß wird, dass die Tumorzellen quasi absterben. Die verbrennen richtiggehend. Das wird in Narkose gemacht, sodass das nicht wehtut. Ist auch nur für kleinere Tumoren gut geeignet. Aber damit kann ich einen Tumorherd in der Leber zerstören, ohne irgendwas rausnehmen zu müssen. Hervorragend. Damit das funktioniert, muss ich den noch finden, während er klein ist. Also einen kleinen Tumor kann ich damit gut behandeln. Das machen wir jedes Jahr relativ häufig. Mit guten Erfolgsraten ist der Tumor allerdings schon größer. Bei der Diagnose müssen wir uns was anderes überlegen. Zum Beispiel dieses Verfahren. Sie sehen hier, wie ganz langsam ein Kügelchen in eine Struktur reinkommt. Das ist ein Blutgefäß. Hier ist das Blutgefäß gezeichnet, was einen Tumor, das ist dieser Kreis hier, mit Blut versorgt. Auch Tumore brauchen Sauerstoff und Nährstoffe. Nährstoffe. Und wenn ich den Tumor, den Sauerstoff, die Nährstoffe wegnehme, dann geht er kaputt. Vielleicht nicht komplett, aber zu einem größeren Teil. Und wenn ich jetzt dieses Blutgefäß hier quasi mit einer, mit einem kleinen Partikel hier, mit einem Kügelchen, das ich in die Leber hineingebe, verstopfe, dann verhungert der Tumor dahinter. An Sauerstoffmangel kommt es dann zum Gewebeuntergang. Das kann ich auch noch bei größeren Tumoren machen. Das ist eine Katheteruntersuchung, ähnlich einem Herzkatheter, bloß, dass wir hier an die Leber herangehen, an die kranke Leber. Auch das ist ein Verfahren, das hilft, Lebertumore kleiner zu machen und den Fortschritt zu hemmen. Das ist die sogenannte transatrielle Chemoembolisation. Muss sich sicherlich niemand merken. Ich will Ihnen nur zeigen, wir haben für kleine Tumoren Verfahren, wir haben für große Tumoren Verfahren. Und es ist die Aufgabe des Ärzteteams, für den Patienten die richtige Methode rauszusuchen. Jetzt kommt noch was ganz Neues. Wenige Jahre auf dem Markt, aber auch hervorragend wirksam. Hier haben wir einen Patienten, Sie sehen das, der hat eine Leber, da sind schon vier Tumoren drin. Das heißt, da kann ich nicht mehr hingehen und die einzelnen verkochen, die sind zum Teil auch schon zu groß. Ich kann auch nicht hingehen und die gesamte Leber jetzt mit Kügelchen beschießen, sodass die keinen Sauerstoff mehr bekommen. Dann geht nämlich zu viel Lebergewebe kaputt. Was ich machen kann, ist, ich kann in die Lebertumore hinein radioaktiv beschichtete, ganz kleine Kügelchen geben. Die werden über das Lebergefäß, über einen Katheter, Sie sehen den hier reingegeben, mit der Spritze werden die Kügelchen, die sind Mikrometer klein reingegeben und die verteilen sich bevorzugt in den Lebertumorzellen. Ich bin hier in den rechten Leberlappen gegangen, habe die Kugeln reingegeben, die gehen hier in die Lebertumoren rein. Da zerfallen die radioaktiven Elemente, die auf diesen Kugeln drauf sind, geben Strahlung ab und diese Strahlung, die geht nur wenige Millimeter weit, die schädigt die Lebertumorzellen so sehr, dass sie kaputt gehen. Das nennt man selektive interne Radiotherapie. Ganz elegantes Verfahren, kann ich auch bei Patienten, die schon Thrombosen ihrer Gefäße haben, noch gut durchführen und wieder ist es ärztliche Aufgabe, Patienten dahingehend zu beraten, was ist für dich das beste Behandlungsverfahren. Aber Sie sehen schon, es gibt verschiedene Dinge, die man tun kann. Ganz zum Schluss möchte ich noch über Medikamente sprechen, weil das beim Leberkrebs, das Feld ist, auf dem sich im Moment am meisten tut. Bis 2006 gab es kein Medikament, was bei Leberkrebs irgendwie geholfen hätte. Es ist viel versucht worden, nichts hat funktioniert. Und dann hat eine deutsche Firma das erste Medikament auf den Markt gebracht, was das Überleben bei Patienten mit Leberkrebs, der nicht mehr operiert werden kann, verbessert. Das Medikament muss jeden Tag eingenommen werden, es macht Nebenwirkungen und das hat das durchschnittliche Überleben um wenige Monate verlängert. Aber es war ein Startschuss. Seitdem haben viele, viele Patienten dieses Medikament bekommen. Dann ist viele Jahre diesbezüglich eigentlich sehr wenig passiert. Und in den letzten Jahren geht es jetzt Schlag auf Schlag und wir haben eine ganze Reihe neuer Medikamente entwickelt, die entweder besser wirken als das erste Medikament oder weniger Nebenwirkungen machen oder im Idealfall beides. Ich möchte Ihnen damit nur sagen, wenn Sie unter Leberkrebs leiden oder einen Angehörigen oder einen Freund haben, der unter Leberkrebs leidet, das Feld der Möglichkeiten, wie behandelt wird, erweitert sich immer mehr. Sie brauchen nur eben ein Ärzteteam, das sich damit auskennt, dass die richtige operative Methode, die richtige lokalablative Methode oder die richtige medikamentöse Methode für Sie findet. Und den Erfolg, den wir damals gebracht haben, Sie sehen das hier, das erste Medikament, das rote ist die Überlebenslinie von Patienten mit dem Krebs, die kein Medikament einnehmen. Sie sehen hier, 100% waren am Leben und nach 72 Wochen, also mal gerade im guten Jahr, nur noch 25%. Mit dem Medikament waren es immerhin 35%. Da sind immer noch viele gestorben. Heute sind wir noch ein gutes Stückchen weitergekommen. Es ist immer noch ein Tumor, an dem die meisten Patienten irgendwann sterben werden. Aber wir können das Leben deutlich verlängern. Und die Wissenschaft hört nicht auf, zu untersuchen, was man weiter tun kann. Also zum Leberkrebs zusammengefasst. Wer ist gefährdet? Alle Menschen mit Leberzirrhose, die die Alkohol- und Virushepatitis als Begründung haben, besonders häufig. Wie wird der Krebs gefunden? Da habe ich jetzt nicht ausführlich drüber gesprochen. Ultraschall, ganz, ganz wichtig. Alle Patienten mit chronischer Lebererkrankung sollten zweimal im Jahr zum Ultraschall bei einem Arzt, der einen Krebs, wenn er klein ist, erkennen würde. Das heißt, der muss schon mal einen gesehen haben. Kleine Krebse können häufiger operiert werden und können besser behandelt werden. Computertomographie und MRT sind aber trotzdem oft notwendig. Die Probenentnahme muss nicht in allen Fällen gemacht werden. Und was die Behandlung angeht, habe ich Ihnen gezeigt, am liebsten wäre uns Ärzten, wenn wir jedem Patienten eine Operation oder eine Lebertransplantation anbieten könnten. Das klappt aber nur bei einer geringeren Zahl der Menschen. Trotzdem können wir häufig durch lokale Tumorzerstörung oder die immer besser werdende medikamentöse Behandlung das Leben der Patienten deutlich verlängern, sodass heute die durchschnittliche Überlebenszeit bei Leberkrebs deutlich gestiegen ist. Das ist das Letzte, was ich Ihnen zum Thema Lebererkrankung zeigen wollte. Der Leberkrebs war mir besonders wichtig. Das haben Sie gemerkt. Und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Es war sicherlich auch viel Stoff. Und jetzt haben wir noch ausreichend Zeit, Fragen, die Ihnen gekommen sind, die Sie bei uns in den Chat geschrieben haben, zu beantworten. Frau Rühl wird mir die Fragen vorlesen und ich erzähle dann das dazu, was ich Ihnen sagen kann. Sie können auch weiterhin noch, während ich spreche, weitere Fragen in den Chat eintragen. Und ich gebe mir Mühe, so viel davon so ausführlich zu beantworten, wie es geht. Vielen Dank.